so jetzt haben wir da es wird nicht mehr weiter gelesen jetzt so also mal integrieren hallo wer frau wer papierkorb medien nicht interagieren nein ja der mittelpunkt ist es warte mal zum auf lockern es ist mit los mit ihr bitch sie ist mit ihr warum schreibst du so viel kennt ihr nicht mal so wie geht es da rein bist du sicher dass du schon in den animus zurückkehren willst ja ich will in den anus rein oh ja ich will in den anus ja ich bin bereit wieder zu kassandra zu werden alles klar ich pass auf dich auf sie ist ein transformer ich hab's gewusst los eine neue quest erwartet dich besuchen nachrichtentafel in deiner nähe und erlege tägliche quests unter es ist ein bisschen gemein warte mal nein mein gott es ist gemein gewesen ich habe die macht der speer des leonitas verbessere den speer des leonitas hier in der schmiede von hepatitis mit fragmenten von artefakten durch die verbesserung erhöht höchst du den adrenalin und schaltest mächtigere fähigkeiten frei sammle artefakte fragmente von siegten mitgliedern des kultes des cosmos benutze das questmenü und deinem fortschritt bezüglich weiterer sperr verbesserungen zu überprüfen hast du das verstanden du kassandra hast du das nun verstanden du musst nun alle fragmente suchen und die kultisten eliminieren soweit es geht bis zu dem bruder schatzi nachher den alexus so nun wähle dein herzblatt ist es nummer eins oder nummer zwei nummer drei schiff was kann man da verbessern was ist denn da los wen haben wir denn da haben wir den da ah ok der ist auch gut wir haben ja einen legendären drin noch einen legendären so ne nichts besonderes schauen wir mal da rein was haben wir da banditenschwert das könnten wir zerstören einfach so zack ne dann haben wir den jagdspeer den könnten wir auch zerstören so das haben wir gut gemacht ne kassandra du hast geschaut blöd dass du wischst ne so was haben wir denn da da haben wir gar nichts kassandra mit beutelchen haben wir noch was so was haben wir im beutel ich glaube nichts haben wir im beutel aber wir haben schon fast 18.000 cash in the dash ne drachmen was sind die drachmen ich kann ein schiff kennen wir unser schiff nun aufwerten leider nein boah dann braucht man eine menge cash in the dash materialen drei tafeln boah so so diese wie heißen die uralte tafeln brauchen wir auch unbedingt ich weiß nicht ich weiß nicht ob das ist das ist ausdauer boah oh sollte man demnächst kaufen ne so wie sieht es aus mit einer gallionsfigur haben wir auch keine haben wir einen löwen raus diesmal ja mach mal einen löwen oder adeln das mal adeln so kultisten haben wir schon bissle an informationen gesammelt unentdeckter kultist unentdeckter kultist warte mal können wir den nein da fehlt noch informationen oder mit jahrs auge des kosmos so angeschickt das warte mal wie sind wir da bei level 29 ok wir sind stärker das ist ein zweig 10 18 18 ja das dürfte der erste zweig sein glaube ich aber wo haben wir den schon gekillt keine ahnung naja ich weiß dass müssen wir noch jetzt gehen wir raus sprich mit den herodotts ok kordatat so besser gesagt naja herodotts wird sich freuen denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier aber wo ist denn unser kollege ist der am chef oder wo keine ahnung dann haben wir jetzt irgendwo verpasst ob leonie das von diesem ort gewusst hat ich glaube schon mag das war sein ich habe die macht von kastel chriscar hier bei der himmel 9000 das andere öffnet ich habe gehört das sesam öffnet dich wer schießt denn da ihr bruderherz ja du bist nicht schwer zu finden du bist mir gefolgt geht's dir gut du lebst fass mich nicht an komm schon kleiner bruder du musst mir alles erzählen was ist dir zugestoßen ich muss dir gar nichts erzählen ich kenne dich nicht aber ich kenne dich wie dem auch sei es gibt wichtigere dinge zu besprechen richtig wie das was du mit dem artefakt angestellt hast du hast meine aufmerksamkeit falls du sie wolltest das artefakt hat uns die wahrheit gezeigt wir sind eine familie und haben es lebend aus sparte heraus geschafft ja es hat die wahrheit gezeigt nämlich das was ich immer wusste du hast mich von einem berg geworfen du bist beide kacke nur ich kann alles erklären du liegst falsch so parole bieten wenn es das ist was du glaubst alexios hast du dir wohl dabei den kopf gestoßen es wurde mir berichtet und zwar nicht von einer lügnerin wie dir und nenn mich nicht alexios gut die muss aber den kenne ich noch nicht er ist ein halbgott verehrt und gefürchtet vom kult und der griechischen welt stritzeser immer schnell auf die fresse warum arbeitest du dann für den kult hast du mir nicht zugehört sie folgen meinen anweisungen dann trifft deine eigene wahl hilf martha zu finden milf ja schon nicht ich will keine familienzusammenführung ich will nur wissen was du hier machst dasselbe wie dein kult ich suche nach unserer martha sie brauchen sie nicht das sehen deine kultisten anders mir eine ist ihr nächstes ziel wenn sie sie suchen würden dann um sie umzubringen aber wenn du nicht weißt wo sie ist hat sie dich wohl auch verstoßen wie traurig ich bin ich die kassandra selbst wenn wir verstoßen wurden haben wir überlebt es kann alles wieder wie früher werden wenn wir sie finden der kult interessiert sich nicht für sentimentalitäten oder familie sondern nur für macht bauer ich habe nikolaus nicht gefunden ja wenn er getötet hat er hat sich selbst umgebracht er hat gemeint er muss seine ehre wieder finden oder irgendwas keine ahnung wenn sie es auf uns alle abgesehen haben steht einer weniger auf ihrer liste ich habe nikolaus getötet und doch gibst du dich recht schaffen und bist am ende genau wie ich mir ist egal was du denkst ich werde myrine finden du das richtige komm mit mir was wir könnten sie suchen gemeinsam du kannst mir helfen glaubst du freundschaft ist die antwort sollen wir hand in hand umherlaufen und unsere liebe mutter suchen bitte du bist schwach mhm bin der kassandra bin ich nicht schwach übrigens die kassandra es geht um verantwortung nicht um schwäche ich gebe meine familie nicht aus gehässigkeit auf verantwortung steigt von deinem hohen ross der kult hat einen plan und den wirst du nicht durchkreuz sicher der kult ließ myrine leben und nikolaus auch warum sollen sie jetzt sterben weil du lebst du hast dir das eingebrockt und dir selbst der kult ist mächtig aber sterblich in meinen adern fließt das blut der götter sie glauben in deinen auch sie werden sehen wie falsch sie liegen ich hab leonitas speer deine eigene mutter zu entführen reicht nicht wir entführen nicht wir machen politik die die nicht für uns sind sind gegen uns und für diesen fehler zahlen sie wie ich wie du ich hörte du willst nach athen reisen wenn du dort bist bestelle perikles und seinem elitären abschaum dass sie die nächsten sind oh ja was mach ich ich bekämpfe den kult das weißt du du hast gesehen wie viele wir sind gesehen was ich tun kann und du denkst immer noch du hättest eine chance welten mutig sein liegt also in der familie nicht wahr du sagst wir wären vom gleichen blut also zeigt mir wozu du imstande bist oh ja wollen wir ein bisschen bobo klatschen du bist immer noch mein Bruder ne willst du nicht entspannt sein ne so komm her du bist so ein idiot mal lakka mehr hast du nicht zu bieten komm schon da warte mal schütt schütt mann krassant mal lakka erodotus wird mir kaum glauben ich muss ihm sagen was passiert ist ja nix ist passiert nur du hast einen auf die Gauschen gekriegt Cassandra du hast einen gar nix ne das ist ja peinlich und einen kleinen Bruder hast du einen auf die Gauschen gekriegt oder also muss er cash in the tash neun drachmen unser bricht der partie und so schnell reise aktiviert mit beiden Und Rodelein, er benimmt dich. Spadano und Athena sind, waren, werden, irgendwas mit dir machen. So. Mein Lieblingsspasti, Cassandra, so, Spätschü, reden. Und, war die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen? Und alles schwer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht, es gab dort sowas wie ein Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Cassandra, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Dimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um, das hat er mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie, Perikles. Warum sollte er dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. 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 Ja, no, ich bin's da. Pnyx. 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 Ich mach ein Pnyx. So. Mehrere Quests. Ah, angenommen. Stimmt, gar nicht. Ich hab gar nichts angenommen. Ich wurde nicht aufgedrängt. Was sieht denn das doch hier an? Ach, achtsah, na. Schau mal, ne? Ablegen. Wir brechen auf! Kapitärin Anbau! Na, was sonst, ne? So. Okay, lass mal meine Truhe. Go, go, bye, Rachel. Dann machen wir mal das Segeln an, da, ne? Au, yeah. Da ist ein Kutis, ne? Da oben. Mit dem Schiefer, ne? Schau mal gleich mal. Okay. Let's do it. Hm. So weit, so gut. Ne, ne, ne. Warte mal. Udat! Hm. Piraten. Ja. Ja. So. Macht die Schere! Böden bereit! Volle Geschwindigkeit! Ei, 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 ei! Brauchen die Schützen! Los! Hey, ihr Stöcher! Schickt! Bogen schützen! Haltet euch bereit! Was ist denn da los? Verpiss dich! Oh, schön rammeln! So, Speere! Ach du Scheiße! Reisegeschwindigkeit! Nicht verfügbar! Scheiß, die waren dann! Euer ist die Antwort! Mach die Speere bereit! Los! Wir brauchen dich! Reiner! So! Ach du Scheiße, das war knapp, ne? Jepa jepa! Jepa jepa! So! Kleinen Striche! Kamaganda! Feier! Tappala! So! Kollege Braunschweig! Komm her! Kodist! 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 Verdammt! Wer hat mich gekillt! Schmerz! Warte! Halt! Kodist! Lieg dir irgendwo oder was ne? Wo ist der Kodist? das war nicht so geplant jetzt na dann gibt es denn was gut wirst aber werden kultisten und braucht Jetzt habe ich da kein Legitäres wahrscheinlich gekriegt, ne? So. Das war der jetzt, ne? Hm. Geheimlich schäm dich. Okay. Schuhe. Das ist super, ne? Das haben wir jetzt verkackt, ne? Hm. So. Wo wollen wir eigentlich hin? Schauen wir mal. Kurz auf den Plan. Wir haben irgendwas markiert gehabt, ne? Warte mal. Was ist das für ein Ding? Ja, das kommt dann da her so. So, hier. Und Schub. Siegel! Gleich nicht, jawohl! Bruder, bereit! Wir brauchen Hilfe hier oben! Los! Bruder, müssen erst wieder zu Atem kommen. Ne? Dann atmet man schön durch die Hose. So. Na, 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 na. Und tschüss. Au. Und hier. Dann kann man den Rumpf. Wer? Wir werden uns nicht treffen. Tschüss. So. 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 Wie haben wir gesagt? Ja. So. So. Nicht verfügbar. Schade. Verfolgungs? Nein. So. Okay. Okay. Kapitän von Bord. Ihr könnt euch rühren. Könnt ihr mal das Schiff reparieren inzwischen, ne? Jungs. Hier muss man kurz zur Insel schwimmen. So. So. Müssen wir da raufklettern oder am besten. So, rüber. Komm, wie wir uns empfährt. Die Ella. Oh, ein Stöckchen. Rückwärts. Wow, wow, wow. Na. Ach, Ella, du bist... Bist nichts gebraucht. Nichts. Nichts kannst du nichts. Rufbar. Oh, ich habe eine Zunge. Na. So, wir haben keine Krieg. Keine Tumor. Nein. So. Rückwärts. Go, go. Karina. Äh. Kassandra. So. So, fast runtergefallen. Das ist sicher ein Auftrag für dich, ne? Rückwärts. Warte mal. Fährt er doch. So. Okay. Da war irgendwo ein Tempel, ne? Oder? No. Ja, was ist denn da? Ja, was haben wir da? So. Ah, das muss ich das verfolgen. So. Ne. So. Okay. Egal. So, auf da. Da ist unser Bruder einfach so abgehauen, ne? Die feige Sau. Haut uns rein, ne? Wir können uns nicht mehr wehren, ne? Wir müssen nicht uns wehren, ne? So gesehen. Feigling. Wir haben ja schon mal manieren beibringen, ne? Den Typen. So, Cassandra. Mal rauf da. – Folgen in das Luftwaffe. – Schöpfe. – Schöpfe. – Schöpfe. Hau, guck, hau, hau, hier, hau, hip, hop, hau die, hau die, hop, so, na da ist der Steckertl, so. Okay, so, jetzt haben wir das auch wieder geschafft, ne, warte mal, so, naja, wir sind ganz schlecht unterwegs, ne, so, da fällt mir das da hinten, da, schau mal, da geht mal, da geht mal, da geht mal ja schnutzende Türken, schau mal, schau mal, schau mal, schau, 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 das ist alles da, das ist Gebirge, 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 das wird eh wohl überhaupt da, 42, scheiß dich an, lieber nicht, Ja, ich würde eigentlich gerne da hinten weiter clashen, dreschen, so, da ist ja nichts mehr, ne, so, alter Schwede, so, na, ich würde sagen, ich gehe jetzt da rüber, ne, so, zapp, zapp, ne, richtig hardcore, so, sexy Cassandra, das Maranda, wir machen uns jetzt die Aufgabe, das einige Bitter zum Einnehmen, und anfangen tun wir, so, was ist denn das da, okay, machen wir das, oder, du hörst nicht, na, schauen wir mal, wiii, Unglaublich, kann man sagen, unglaublich, dass du dich einmal nicht verletzt hast, jetzt, ne, das ist ja unglaublich, so, ja, sonst immer über jeden Scheiß, ne, aua, aua, Knie, Knie, au, au, ne, aber jetzt wird es raus, ne, langsam, bei sonstem Pferdchen, ist los, ja, Icarus, schau mal los, okay, Cassandra reitet irgendwo hin, wahrscheinlich, da hinten, da, da rauf, da rüber, naja, ich mag halt nicht den direkten Weg dorthin, ne, warte mal, Cassandra, wenn du nicht 5000 Kilometer da weg rennen, so, hat keiner gesehen, oder, so, da machen wir schnell einen Hocker, so, da rüber, zack, packen wir meinen Vogel aus, so, mal runter da, bis ich, so, tue mal was für der Geld, so, da ist einer, eine Kiste, so, ist das, aha, sind das Freunde oder Feinde, das ist die nächste Frage, ne, so, tak, 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 so, vielleicht schon ist damit, ne, irgendwie, wenn man, no, 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 so, okay, das geht, da ist keiner, 3, 4, 5, oh, okay, Icarus, ein Hund, oder so, Schwein, vielleicht, wilder Eber, ja, ja, übezogen, dann machen wir ein bisschen an, sauber, schon sauber, na, und das werde finster, und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir das Dorf auseinandernehmen, so, tschau,